wieder geöffnet und nächstes Rätsel Juli er soll sie haben auch noch diese Mission diese Ex-Mission und auch dann wenn man sich überhaupt das Land sie dann auch noch mehr sache freischaltet und so und ganz vergessen die Dame ja auch gehört 12 13 also davon wo wir schon zwei drei gemacht haben um sich kaum Krimi klauern Stahlmächte verzacken doch ihr Zorn vermag unserer Wehr nicht zu durchdringen geschmiedet von Hand unser Bollwerk aus Stahl das ist ekel, verwehrt sich der Zorn ja da passt ihr mehr da Zorn hin doch ihr ah Versagen ja ja Versagen könnte passen gleichwohl wie gleichwohl wie verschlagen gleichwohl wie lauern Mächte puh Antlitz des hellen Herrschers als Feinde lauern lauern ja was haben wir denn was fällt denn da noch Krimi dann nehmen wir da mal kurz Krimi Krimi und da halt den Zorn aha ok hm naja das ist das ist mir leid so leicht auf das versetzt das euch mich freut wenn sie mir leid so einfach ist ähm Antlitz des hellen Herrschers als Feinde lauern gleichwohl wie ach da gehen wir gleich wieder von Anfang an vielleicht ist ja irgendwas komplett falsch also das können wir schon mal auslassen dass auf alle Fälle sie kauen und verzeihen und endlich ich habe es gewusst Stahl Stahl muss dort drin eieieiei aber wir haben's aber wir haben's doch ihr Zorn vermag unsere Wehr nicht zu vertreten die die sich der Mächte gleichwohl wie verschlagen im Antis des hellen Herrschers alle Feinde verzerrten geil 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 jetzt haben wir alle sogar jetzt haben wir sogar alle ah man sieht so dann let's go zu den letzten Sachen ja 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 ja